Wer einen Waldrapp sehen möchte, der musste bislang entweder in den Zoo gehen oder in der Google-Bildersuche hässlicher Vogel eingeben. In freier Wildbahn hingegen ist der glatzköpfige Schreitvogel schon lange ausgestorben. Das liegt allerdings weniger an seinem eigentümlichen Aussehen als an den Wilderern, die den als Delikatesse geltenden Waldrapp in der Vergangenheit massenhaft vom Himmel holten. Johannes Fritz möchte den Waldrapp jetzt in Europa wieder ansiedeln. Und setzt dabei aufs Internet und dessen Vorliebe für tierische Außenseiter. Der Vogel lässt niemanden kalt. Die emotionelle Reaktion reicht von abgrundtief, hässlich bis absolut faszinierend. Der Waldrapp hat sicherlich das Zeug zum Star. Das sehen wir, wo immer wir mit dem Waldrapp präsent sind. Die Bevölkerung zieht der Waldrapp sehr rasch auf seine Seite. Und dasselbe funktioniert auch im Internet. Das Waldrapp-Team um Johannes Fritz hat aber mehr zu bieten als eine Homepage und eine Facebook-Seite. Zunächst stattet es die Jungvögel mit GPS-Sendern aus. Im Waldrapp-Camp in der Nähe von Salzburg werden die Tiere dann für ihre Reise ins Winterquartier in der Toskana trainiert. Und diese Reise ist gefährlich. Denn auch heute noch lauern Wilderer den Zugvögeln auf. Mit den GPS-Daten und mit Hilfe der Web-Community, die über die App Animal Tracker jeden einzelnen Waldrapp auf seiner Reise begleiten kann, hat Johannes Fritz aber endlich ein mächtiges Werkzeug gegen die illegalen Jäger. Wir haben 2012 mit diesen GPS-Geräten angefangen und bereits im Herbst diesen Jahres ist uns gelungen, mit Hilfe dieser Technologie einen Wilderer zu identifizieren. Und das ist ein wichtiger Aspekt unseres Projektes, weil es auch ein Signal ist an die Jägerschaft, an die Wilderer, an die potenziellen Wilderer. Es besteht ein Risiko, unsere Vögel abzuschießen, weil sie GPS-Geräte haben. Entstanden ist der Animal Tracker am Max-Planck-Institut für Ornithologie. Dort gibt es mit Movebank.org bereits die größte Tierbewegungsdatenbank des Internets. Aber während Movebank sich vor allem an andere Wissenschaftler richtet, soll die Animal Tracker-App ganz gezielt Laien ansprechen. Jeder Hobby-Vogelkundler kann einem Profi wie Andrea Flack, die sich mit dem Sozialverhalten von Störchen beschäftigt, über die App wertvolle Informationen zu kommen lassen. Ich weiß nie, ob der Storch jetzt alleine ist, ob 10, 20 andere Störche um ihn herum sind. Und da hilft es sehr, wenn Ornithologen, Freizeithobby-Ornithologen rausgehen ins Feld, den Storch suchen, vielleicht eine Beobachtung an uns weitersenden. Die können die App benutzen, um das Tier im Feld direkt zu finden und dann vielleicht ein Foto machen oder uns einfach sagen, wie sieht das Tier aus, was frisst es. Der Aufbau eines tierischen Internets ist aber nicht nur für die Forscher von Vorteil. Andrea Flack ist vielmehr überzeugt, dass von den so gewonnenen Erkenntnissen vor allem die Tiere selbst profitieren werden. Ich denke, die Tiere werden was davon haben, wenn wir Menschen dann von unseren Erkenntnissen lernen und dass wir wissen, wo wir zum Beispiel unsere Wind- oder Stromstraßen hinbauen können und wo nicht, dass wir vielleicht Korridore entwickeln für Tiere anhand dieser Bewegungsdaten, die wir inzwischen gesammelt haben. Der Autor Alexander Pscherer entdeckt in einem Internet der Tiere sogar ein weltveränderndes Potenzial. Es gibt ja fast keinen Lebensbereich oder keinen Biotop auf der Welt, das von Tieren nicht besiedelt wurde. Und da ist eine ungeheure Intelligenz entstanden. Und an diese Intelligenz kamen wir bisher nur ran, indem wir Tiere beobachtet haben, also physisch beobachtet haben. Das setzte unsere Anwesenheit voraus. Pscherer wünscht sich genau genommen eine Art tierisches Überwachungsnetz. Aber das soll einem höheren moralischen Zweck dienen. Jetzt kann es möglich werden, über Sender und über eine Informationstechnologie dieses Wissen auszulesen. Die Tiere sind uns definitiv überlegen. Und das ist ja eines der schönen und der optimistischen Botschaften des Internets der Tiere. Es ist keine Versklavung der Tierwelt, sondern es ist eher eine Demutsgeste des Menschen gegenüber der Natur. Für die Zukunft träumt Alexander Pscherer von einem weltumspannenden Bio-Informationssystem, in dem Ziegen vor Vulkanausbrüchen warnen und Seeschlangen Seebeben vorhersagen. Bis das soweit ist, wird Johannes Fritz aber noch einige Waldrab-Generationen ins Winterquartier führen müssen. Und immerhin wurde 2013 auf dieser Reise erstmalig keiner der glatzköpfigen Vögel erschossen. Dank des Internets der Tiere. Dank des Internets der Tiere.